Das müsst ihr kennen, wenn ihr Economy Class fliegt. Google Flights, ganz klar, ein unverzichtbares Werkzeug, was jetzt noch besser wird. Geht in Google Chrome auf chrome.google.com.webstore und sucht einfach nach der Erweiterung Blackrooms vor Google Flights. Klickt drauf und sagt dann hinzufügen. Bestätigt nochmal mit Erweiterung hinzufügen. Anschließend öffnet ihr google.com.flights und ich suche mir als Beispiel einen Flug von Bangkok nach Hongkong aus. Und siehe da, nun werden mir die Sitzabstände bei den verschiedenen Airlines und Flugzeugtypen angezeigt, was für gewaltige Unterschiede. Auf Langstrecke wie zum Beispiel von Bangkok nach Frankfurt sind es dann zwei Zentimeter bei den Großraumflugzeugen, immerhin. Von Chicago nach Los Angeles sind es dann wieder zehn Zentimeter Unterschied, haben oder nicht haben. Eine ziemlich hilfreiche Erweiterung für Google Flights und deshalb...